Mir wird es nie einfallen, die Welpen, die als letzte noch da sind, für Mau rauszuhauen, Hauptsache weg. Das machen die Leute, die sie halt wachsen lassen und eigentlich gar keinen Bock haben auf die Welpen. Die wollen aber nur die Kohle sehen. Und die haben auch keine Ahnung, weder Platz noch Personal noch Zeit, um mit dem Welpen zu üben. Und der wird natürlich anstrengender, der wird fordernder. Susi zum Beispiel bellt, mit der muss ich üben, andere Hunde kennenlernen, rausgehen. Das alles machen die meisten Züchter nicht. Sie machen es gar nicht und sie wissen auch gar nicht, dass es ganz wichtig ist. Und deswegen ist es natürlich nicht gut, wenn man dann Welpen holt mit fünf oder sechs Monaten, so wie Susi jetzt, der nie auf dem Gras war, der nie Leine gelaufen ist, der nichts kennt, der eben nur darauf wartet, bis endlich einer Kohle auf den Tisch legt. Und deswegen werden die oft für Mau rausgehauen, für einen billigen Preis, Hauptsache weg. Hauptsache man hat die Arbeit nicht mehr. Kein Zeichen eines guten Züchters. Wenn man sich auf einen Preis einigt, weil der Käufer das Geld nicht hat, ist das eine Sache. Aber zu sagen, auch dass der letzte Hund kriegt den billiger, ist eine Schande für sich.